Now if you feel it, how I feel it, put your hands up Yo Leute, was geht ab? Euer war am Start und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht schon im Wintergrund, ich befinde mich in meinem Garten. Ja man, yeah, äh, Garten halt. Und ja Freunde, ihr seid schon am Titel. Im heutigen Video wird es mal was E-Mail krasses geben. Ich werde einfach das erste Mal in meinem Leben Alphastein sehen. Und Freunde, ihr kennt mich normalerweise, ich bin kein Vlogger und mach, hey Freunde, heute mal wieder follow me around. Aber Bruder, das muss ich heute filmen. Ich glaube, ich kenne Alphastein inzwischen seit über 10 Jahren auf YouTube. Wir haben ganz früher schon mit Dr. Banks, keine Ahnung, nicht lachen Videos in Minecraft gemacht. Und heute ist der Tag gekommen, Freunde, ich werde ihn einfach treffen. Amir wird sogar auch noch vorbeikommen. Und deswegen ganz wichtig, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde, wenn ihr Bock auf diesen Vlog habt. Alphastein sollte nämlich jeden Moment kommen und dann gehen wir zur Kirmes, wir gehen essen. Heute wird richtig wild, Freunde, deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Wir starten rein und let's go. Minecraft, Minecraft, help. Was geht? Was geht? Hey, oha. Das Ding ist, einfach auf YouTube-Insel suchst du, gell? Aber Lederfarben kommt, hä? Leute, Lederfarben kommt, die werden die Insel einfach übernehmen. Bro, wir können jetzt verzaubern. Wenn ihr das Video hier seht, Freunde, wir haben jetzt quasi Samstag. Wir hatten noch keine Kühe, jetzt haben wir Kühe. Wir können jetzt endlich Leder machen, Junge, jetzt wird's hier komplett wild. Extra hingeflogen, nur damit ich hier zocken kann. Ja, besser ist das, Junge. Ich hab' ich gar nicht besucht, bin ich ehrlich. Äh, okay, schade mal. Aber Freunde, eine Sache wollte ich euch noch zeigen, immer in einem gelbenen Zimmer. Ihr habt's alle gesehen, Moonthorn, so war ja schon online. Aber gönnt euch bitte diesen Teppich, Bro. Ich hatte vorher diese komische Billard-Acht hier. Ich hab' jetzt einfach meinen eigenen Ewaifade-Teppich, Bro. Wie krass sieht das bitte aus, Junge? Das ist einfach mein Logo als Teppich und der ist todesflauschig. Da kann man schon... Oh, nee, Digga. Jo, gib mir das! Bro, wenn das Bett kracht, jetzt... Ey, du bist ein guter Bro, du kannst hier pennen, wenn du willst. Ja. Nein, Spaß, Digga. Ja, komm, Bro. Ich bin jetzt Kieger voll. Nein, du weißt, Mann, verdammte Scheiße. Freunde, das ist halt wirklich der Lifestyle. Wir chillen hier gerade und warten einfach nur drauf, dass man die wieder paaren kann, damit mehr Kühe kommen. Da seht ihr mal, wie krass wir am Reinsweaten sind, Junge. So, Freunde, Kühe sind sich fleißig am vermehren. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Und ich hab' heute ein Video auch geladen. Tensur! Digga! Wir werden's einfach stein' gleich nicht sagen, aber er weiß es noch gar nicht. Ich hab' mich in seiner Base versteckt. Eins von zehn, Junge, es kommt mies krass an. Gut zensiert, by the way. Danke. Sehr, sehr geil zensiert, by the way. Alter, übel hübsch zensiert auch, by the way. Einfach eine Mülltüte davor. Ha, 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 du... Jeder, der das Video jetzt, keine Ahnung, ein Jahr später sieht, denkt sich, Bro, was für ein Film sind wir gerade? Ja, Himmelskrieger auf die Eins. Himmelskrieger. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Warum? Bro. Er ist echt sehr, sehr hässlich. Oh, danke dir. Freunde, Alphastein ist jetzt am Start. Ja, hau' mal raus, sag' mal irgendwas. Oh, voll klein. Jürgen, wenn ihr den gerade sehen könntet, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie Alphastein in echt aussieht. Am Ende des Videos werden wir nämlich liken wir aussehen, oder? Hallo. Wenn die Leute jetzt 1000 Likes von meiner Zeit gestellt haben. Nein. 1000 Likes, dann werden wir heute noch Alphastein. Bitte nicht. Heute. Aber, Freunde, wir werden jetzt noch ein paar Sachen anledigen. Ich hole euch jetzt überall mit hin und Jürgen, ich habe gar keine Lust. Aber, willst du mal im Auto fahren? Ja, ne? Bis gleich. Oh, Haar, Freunde, guck mal was Alphastein der Ehrenmann mitgemacht hat als Geschenk. Für meine Tochter sogar. Du bist ein Macher, Digga. Ey, da kann ich ihre Füße mit immer sauber machen. Einfach ein Alphastein. Nein, Bro, ey, ohne Witz. Ich finde das korrekt. Ja, ist nett, ist nett. Ey, danke. Was hast du nochmal geschenkt? Ich? Dank dir, mein Freund. Aber, ne, Realtalk, das ist süß, Freunde. So, will doch direkt dir mal geben. Guck. Na, guck. Ey, du musst es auch holen. Ich habe gar keinen Bock. Na, guck. Kann ich verstehen. Einfach, ich mag dich auch nicht. Oh, doch, sie holt's, sie holt's. Das Ding ist, das Teil ist halt genauso groß wie sie, ne? Oh mein Gott. Aber, was sagst du? Das hast du ja auch das erste Mal gesehen. Ja, wenn Malia es gefällt, dann ist es okay. Dann ist es auch okay für mich, ne? Generell, Freund, ich habe sie ja schon, ich habe sie gar nicht mehr gezeigt seit der Geburt. Aber, ihr geht's gut. Ich werde nochmal so ein kleines Update-Video machen, weil wir ja voll das große Ding draus gemacht haben damals. Aber sie ist gesund, alles ist tip-top. Ja, Mann. Und da hat mir doch Spaß. Sie lacht. Oh, shit. Aber sie lacht. Nimm. Nimm. Holen? Holen? Nee. Hier kann man auch mal. Kann man auch mal. Na, guck mal hier, hol das mal. Guck. Na, guck. Guck, guck. Jetzt bist du größer als der Onkel hier, ne? Malia, merkt ihr das Gesicht? Das ist Alphastein, den wirst du nicht mehr so oft sehen. Zum Glück. Zum Glück. Ja, da haben sie auf jeden Fall zwei gefunden. Junge, heute einfach richtiger Family-Vlog. So, Freundin, für die Ehrenaktion. Willst du selber fahren, Alphastein? Ich. Willst du echt selber fahren? Ja. Oh, shit, Junge. Darf Alphastein jetzt mal bei RS7 fahren. Ich glaube, ich habe den auf YouTube generell noch nicht gezeigt. Aber das ist ja aktuell mein Autofreunde. Die ganzen Audi-Liebhaber auf Instagram. Junge, ich wurde so zugespampt. Ich hatte jahrelang immer nur ein Mercedes. Es kommt auch wieder ein Mercedes. Trotz alledem. Sehr, sehr geiles Autofreunde. Und ja, ich würde sagen, dann fahren wir jetzt mal los. Du bist auch noch nie damit gefahren, ne? Ja, das ist mein Auto eigentlich. Ach so. Ey, wollten wir nicht für meinen Vlog eigentlich. Ach so, dann komm nicht vorbei. Nee, also. Ding, mein Auto. Na, sch... Lauf. Wie zu schnell ergefahren, wenn du so... Ja, was soll ich machen? Assi. Das ist ja geil. Ah, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, 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 ha. Ich meine, ich meine, ich meine, ich meine. Hier ist, by the way, auf dem Freund, da. Da sind nicht wundern. Und dafür ist die Schnellfahrt. Ja, ist eine offene Autobahn. Ich bin auf dem Flugzeug, aber wenn ich sie gehen. Wir werden es kriegen! Okay, Freunde, wir sind jetzt gerade an der Tankstelle. Wir tanken jetzt gerade noch mit einem Audi. Und wir haben jetzt folgenden Plan. Wir werden jetzt gleich noch ganz kurz in den McDrive reinfahren. Ich werde reinfahren und Alphastein wird von hinten reden und bestellen mit seiner Alphastein. Stimmt, Junge, es wird so cringe, alle. Aber ja, Freunde, danach gehen wir noch essen und eventuell heute Abend sogar noch auf eine Kirmes. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen. Generell, dieser Vlog ist eigentlich so sinnlos. Ich kann ja kaum filmen, weil man darf Alphastein nicht sehen. und dass man, keine Ahnung, seine Füße zeigt oder sonstiges. Aber ja, Freunde, so ist es. Wir verknallchen McDrive. Ich hab richtig Bock da drauf. Das tut weh, Freunde. Junge, Junge. Wir fahren jetzt zum McDonalds. Wir sind jetzt direkt da. So, der Bruder hat gewartet. Zack, zack, zack. Bist du bereit? Warte mal, bestellen wir. Wir gehen da noch was anderes essen. Bestell einfach nur einen Cheeseburger, okay? Ich will nicht. Doch, du musst jetzt einen Cheeseburger stellen. Muss ich? Mit deiner Einfachstellenstimmung. Wirklich? Ja, ganz wichtig. Aber du zahlst, ne? Hä? Ja, natürlich. Ich rede. Der Alphaclan zahlt. Der Alphaclan ist klein, dir. Junge, was soll ich? Du musst zahlen, Bro. Ne, 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 ne. Ja, egal. Dann steig aus. Dann kannst du Fuss nach Hause. Ich hab keine Dears mehr, Leute. Junge, du zahlst jetzt mit Dias. Ganz einfach. Ja. Okay. Okay, okay. Hallo? Warte doch mal, bis wir da sind. Hallo! Hallo! Ein Chicken Burger, bitte. Kannst du den Lauf für Spaschen, würde? Ein Chicken Burger, bitte. Nur ein Chicken Burger? Ja, bitte. Ich hab Hunger. Ja. Ja. Und eine Cola. Eine Cola. Eine kleine Cola? Ja. Sag doch ein Cheeseburger. Doch ein Cheeseburger. Und noch ein Cheeseburger. Doch ein Cheeseburger. Und noch was warst du? Ähm, McFluffy. McFlurry? Flurry, Flurry. McFlurry, ja. McFlurry? Ja. Schokolinsen, Lion oder Audio? Schokolinsen. Schokolinsen? Ja. Hören Sie mit Schokolose oder Caramelsauce dabei? Ohne. Ohne Soße, ja. Das war's, Bro. Wir kommen jetzt nicht jetzt. Wir fahren jetzt ins Restaurant. Okay, das war's. Das war's, ja. Ähm, ähm, das ist der Falsche, bitte? Ja. Dann sag tschüss. Tschüss. Ich fahr da jetzt nicht rein, Digga. Doch, 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 doch. Bro, jetzt muss ich doch reden, Junge. Warum haben wir das gemacht? Ja, keine Ahnung, deine Idee. Und warum bestellst du ein ganzes Menü? Wir fahren jetzt essen. Oh. Hey, Freunde, wir sagen, ihr sollt einen Cheeseburger bestellen. Wie viel? 10 Euro, 6,50. Mit Karte da? Ja. Bitte, Bruder. Danke. Gute Freunde würden halt zahlen, ne? Was soll ich sagen? Aber, naja. Zettel brauch ich keinen. Alfa Klein hat Krise aktuell. Ja, Alfa Klein hat immer Krise aktuell. Der kriegt den nur aufs Maul von hier, nur auf der YouTube. Vergeben, du mir alles weggenommen hast. Ja, so ist das. Bro, ich will das nicht, Mann. Das ist unangenehm. Du hast mich bitte in Ruhe, Digga. Lass mich bitte in Ruhe, Digga. Lass mich bitte in Ruhe, Digga. Lass mich bitte einfach aussteigen. Ich hätte gesagt, wir hätten den nicht betonen sollen, oder? Bro, wir hätten ihn einfach daheim lassen sollen. Du schaffst jetzt. Du kannst glauben an dich. Warum filmst du eigentlich von da oben? Kannst du dich von dort? Ich will die Leute nicht filmen. Hier, nimm das dir! Hallo, nimm's! Nimm jetzt! Junge, ich hasse den Typen. Alleine deswegen wird ein TNT mehr bei ihm sitzen. Danke! Tschüss! Armin will deine Nummer! Warte! Digga, Junge! So Leute, folgt alle der Vibe auf Instagram von ihm. Ich werde auf jeden Fall bald Alpharstein leaken. Wir werden einfach sein Gesicht leaken. Wir haben Bilder gemacht von ihm. Junge, hol mal dein Eis! Alpharclan! Ja, nix Alpharclan, hol dein Eis! Aber Freunde, Spaß beiseite. Beim nächsten Mal hast du mir Alpharstein zu Hause. Warum haben wir den eingeladen? Das macht gar keinen Sinn, Bruder! Ja, keine Ahnung. Na ja, immer noch nicht rausgefunden, dass ich in deiner Weisbette. So. Alles gut Alpharstein? Ja, jetzt nicht gegangen. Besser ist es auch, Freunde. Wir sehen uns. Jetzt wird sich noch schön Adana gegönnt. Boah, das sieht zu krass aus. Freust du dich? Yay! Und Alpharstein freust du dich auch? Ja! Hä, red doch mal richtig oder hast du Angst hier? Freust du dich oder nicht? Freust du dich? Okay, Mann. Sehr cool. Okay, Freunde. Die Zeit ist gekommen. Ich werd Alpharstein jetzt fahren lassen. Bro, versprich mir, dass du langsam fährst. Ich hab Real Talk noch nie in meinem Leben jemanden fahren lassen mit diesem Auto. Versprich mir, dass du ordentlich fährst. Hehehe, vertrau niemals dem Alpharclan. Bro, ich nehm die auseinander, wenn du irgendwas machst. Aber okay, dann, let's go. Junge, ich darf halt nicht zeigen, Freunde, das ist so random, aber... Oh, dieses Auto, ne, ich sag' euch ehrlich. Video wird auf jeden Fall noch kommen. Ich werd safe noch ein Video zu diesem Auto machen. Es ist einfach die pur Liebe. Okay, Freunde. Es ist soweit. Machs Auto an. Oh, Junge. Let's go, Leute! Bro, wenn du irgendwas machst, hier schwächbombe halt ihr alles weg in Minecraft. Ich mach Kratze. Okay. Ja. Alpharschein weiß leider nicht, wie man schaltet. Aber du hast nen Bürerschein, oder? Hehehe, ich glaub. Warte, du musst hier an der Seite gedrückt halten. Und ganz runter, jetzt. Vorsicht, da kommt einer. Du bist... Wir sind im Gegenfang, hier, Bro. Hehehe. Okay, jetzt. Win! Da, 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 da. Ja, einfach mal über den Kreise drüber, ist klar. Hehehe. Nicht hoch, Leute. Alles gut. Ey, fall langsam, Junge! Oh mein Gott. Hallo. Wie viel ist hier? Hier ist 50. Achso, okay. Ah, ja. Ich fahr 50. Ich fahr den Typen so zu... Bro, fahr langsam mal normal, Junge. Ich mein, der fährt 50, aber du beschleunigst ihn. Keine Ahnung. Ah, okay. Du bist vorbei dabei. Okay, okay. Du musst jetzt hier die erste abfahren. Freunde für alle OGs. Wir sind hier gerade in Koblenz am Start. Jeder kennt's. Hier raus, genau. Du fährst gar nichts. Junge, ich fahr dich dann kaputt. Hallo, ich fahr Junge, Bruder. Ich raste gleich aus. So. Wäre aber schön, dass du blinkst. Ich bin gefahren. Bro, du fahr... Hey, Junge! Hey. Fahr ordentlich, fahr ordentlich. Oh, der Dichtiger, Junge. Ich raste gleich aus. Ich schwör, ich knopf dich gleich aus dem Auto raus. Nein, sollst du nicht. Nein, sollst du nicht. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, verordentlich. Gleich ist offen. Okay, hier ist offen gewesen, Leute. Aber trotzdem. Mach noch ruhig. Mach noch ruhig. Du musst gleich hier abfahren. Nee, könnt ihr vertrauen, Leute. Nein, ich kann dir nicht vertrauen. So gut, wie ich Minecraft spiele, so gut fahr ich auch Auto. Ja, dann kannst du gar nicht Auto fahren. Ach so. Warum bremst du immer so stark? Kannst du dich normal geradeaus fahren, Junge? Nein, Finger. Ja. Hauptsache, R7 fahren. Wo lang? Jetzt eins nach rechts. Nicht zwei, sondern nur eins. Hier auf diese Spur musst du fahren. Okay. Mhm. Auf die, ja. So ist richtig. Schneller? Nö, so ist gut. Schneller? So ist gut, so ist gut. Ich hab gesagt, du ist gut, Junge. Ihr werdet nicht sicher nach Hause gucken, Leute. Digger, was haben wir uns angetan? Das ist wirklich komplett scharf. Mama, Papa, ich liebe euch. Habt ihr noch letzte Worte, Jungs? Nix. Fahr normal, Junge. Alpherschein stinkt halt echt nach Popo. Ja, Junge, Alpherschein stinkt halt echt nach Popo. So. Und jetzt musst du hier abfahren. Jetzt hier auf diese Spur. Ja. Oh, Ambientbeleuchtung. Oh Gott, das schmeckt. Hilfe! Ich hab keinen Bock. Kein Sinn. Junge, fahr normal! Razzaklet, wir besiegen dir heute, Leute. Ich sitze gerade in einem Auto, Freunde. Mit Alpherschein, der über 200 fährt. Warum riskieren wir überhaupt unser Leben, Bro? Schau's ja nicht, Herr Beif. Warum riskieren wir unser Leben? Ja, dann fahr langsam! Jungs, warum ist die Kamera so hell, Freunde? Welche Freunde? Nix. Wolltest du gerade fragen, welche Freunde? Nein. Na, du auf jeden Fall nicht, Digga. So, aber gleich kommt ein Parkplatz. Da, da kannst du dann rausfahren. Dann mach ich die Kratzer. Nee, da sollst du einfach nur rausfahren. Dann mach ich Kratzer, okay? Nein, du sollst, also du musst jetzt schon mal nach... Hier ist die Auswahl vom Parkplatz. Kratzer weg. Nicht verkacken. Ich mach Kratzer jetzt, okay? Nein, keinen Kratzer. Aber du brauchst welche? Einfach, einfach hier raus. Nein, ich brauch keinen Erinnerungskratzer, Juge. So. Kamera aus. Hier raus. Oh, ich will keinen Schläge. Du kriegst jetzt so Schläge. Du bist gefahren wie keine Ahnung was. Hilfe, Leute. Egal, du brauchst nicht parken. Stell das Auto einfach hier hin. Hilf mir. Einfach hinstellen. Ich muss weiterfahren. Lass das Auto. Ich soll mich angreifen. Hinstellen. Ich pack das Auto jetzt hier hin. Hinstellen. Das war's mit mir, Leute. Stellt jetzt hier hin, Junge. Einfach klein in die Kommentare. Einfach klein, du bleibst jetzt hier auf dem Parkplatz. Einfach klein, bitte. Park jetzt das Auto. Drück auf Parken, so. Einfach klein, bitte. Und jetzt steig ich sofort aus. Oh nein. Steig sofort aus. Oh nein. Ey Freunde, ich komm nicht auf mein Leben klar. Wach. Okay, Freunde. Ich gucke jetzt erstmal, ob noch alles klappt bei dem Auto. Irgendwie, Junge. Mein Arm tut weh. Geht noch an, okay. Das ist die Hauptsache. Hatte hier irgendwas zerkratzt? Leute, meine Beine. Warum kriege ich eine Fehlermeldung? Junge! Ich war das nicht. Bro, ich krasse hier gleich aus. Ich hab gar nichts gemerkt. Einverständlich, wenn hier ein einziger Kratzer irgendwo ist. Ich krasse komplett aus, ne? Wirklich. Leute. Ihr müsst mir helfen, schnell. Ich hab ja mein Problem. Haben deine Hände geschwitzt? Einfach klein Schweiß. Einfach klein Schweiß. Hast du geschwitzt? Das war Real Talk. Ich war nervös. Bro, das Lecker ist das. Ich war nervös. Fass mal an an mir. Nein. Fass mal an. Nein. Für 500 Euro. Ne, Junge. Das sind meine Hände mir wert. Tut mir leid. Oh mein Gott, Alter. Und Abfall. Aber klar, liebe Beine. So, meine Freunde. So fährt man ein richtiges Auto. Das ist der Unterschied. Ich fahr jetzt locker so. Autobahnen, weißt du? Einfach locker flockig. Das passt. Junge, das Lenkrad ist wirklich. Es ist wirklich einfach euch. Bro. Hör mal klein Schweißen. Hör mal klein Schweißen. Hör mal klein Schweißen. Warum mach ich das? Hör mal Schweißen. Hör mal Schweißen. Hör mal Schweißen. Da oben da. Dafür, dass wir uns das hier antun müssen. Ohne Witz. Aber gut. Wir fahren jetzt nach Hause. Haut rein. Aber, Freunde. Was mir gerade mal aufgefallen ist. Wenn ich das Auto jetzt anmache. Sehr gut. Danke, Alfa. Junge. Wie? Leute, ich hab nix gemacht. Wirklich. Ey, Bro. Das ist jetzt echt ein Witz, oder? Ich hab nix dafür. Freunde, das ist jetzt wirklich ein Witz. Ähm. Ich kauf dir einen Cheeseburger. Zwei Chickenburger. Bro. Ja, das werden wir gleich wirklich packen, Digga. Wo den 20erner geht's. Okay, Freunde. Wir fahren mal grad zur Tanke. Ey, ich guck mal, was das ist. Okay, Freunde. Wir sind jetzt hier bei der Tankstelle. Bro. Ich raste aus. Warum auch immer ist jetzt in dem Vorderreifen hier weniger Luft drin als in den anderen. Bro, komm schon. Hört man irgendwo Luft raus? Ich glaube nicht. Nicht, dass der irgendwo gegen gefahren ist, oder so? Warum kam da halt ne Fehlermeldung? Das macht gar keinen Sinn. Du hast Eiferschein mit deinem Auto fahren lassen. Das ergibt keinen Sinn. Okay, ich mach die anderen auch noch. Was ist das für ein Zufall? Ich lass Eiferschein eine Sekunde lang fahren. Bro, Fehlermeldung. Und ich hab noch nie in meinem Leben mit diesem Autoföring was gehabt. Weißt du, was Leute in die Kommentare schreiben sollen? Was denn? Hashtag A-Bohra. Junge. Was für schöne Felgen. Aber mehr gibt's beim Autovideo, ne? Ja, Digga. Um das nicht zu verpassen, müssen die Leute was machen? Erstmal ein Like da lassen. Ich weiß aber wirklich noch nicht, ob ich ein Video dazu mache. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Bock drauf, dass ich das Auto mal komplett zeige? Ich hab Realtalk von den letzten zwei Autos keine Videos mehr gemacht. Ich wusste halt nicht, ob die Leute das noch feiern, weil ich hab das Gefühl jedes halbe Jahr immer wieder ein neues Video gemacht. Aber Freunde, schreibt's mir in die Kommentare, er lacht einfach. Bro, warum lacht der Typ? Der macht denen drin irgendwas. Wenn ich mich jetzt reinsetze und diese Fehlermeldung bleibt immer noch, egal was es kostet, er muss zahlen. Ja. Ich zahl gar nichts. Ich werd's nicht zahlen, 100% nicht. Bro, ich hasse den Typen. Egal, ey, wenn der Vlog 15.000 Likes schafft, dann linken wir den einfach. Ja, wir linken einfach sein Gesicht, Freund, deswegen lass den Daumen nach oben. So. Und das letzte. Aber eigentlich war nur vorne, denkst du? Ich check trotzdem nochmal überall zur Sicherheit. So. Aber Realtalk, kleiner Funfakt an der Kanal. Guck mal, wie groß diese Bremsscheiben sind, Freunde. Ich weiß, ihr kennt euch damit alle nicht aus, aber diese Bremsscheiben, Digga, das ist größer als jede Pizza. Ich hab noch nie in meinem Leben so große Bremsscheiben gesehen. Das ist insane. Aber die braucht man auch, wenn Alphastain mit dem Auto schreibt. Okay, lass gucken, ob Fehlermeldung noch da ist. Alphastain, wenn jetzt eine Fehlermeldung da ist, dann schwör ich dir auf alles, kannst du's bezahlen. Ich zahl nicht 1 Cent. Verstanden? Ich kauf dir ein Happy Meal. Ich werd kein Happy Meal, Junge! Okay, heute gefährlich halt selber. Oh mein Gott, Freunde. Ich mach das Auto jetzt an. Leute, wirklich, hilf mir! Bro, immer noch. Alle Reifen prüfen. Leute, müssen wir helfen! Walf! Bitte! Bro. Ich hab ne Familie. Ja. Die hat er auch. Sollen wir den einfach hier lassen? Bitte, Walf! Walf! Das nicht! Weißt du, wie du nach Hause kommst, Alphastain? Bois und Ben? Genau. Und jetzt steig aus! Haha, okay! Steig aus! Okay, ich geh schon. Ciao, steig aus! Wirklich steig aus! Ja, und raus! Und Tür zu! Und Tür zu! Wir fahren jetzt weg! Wir fahren jetzt weg! Wir fahren jetzt weg! Wir fahren jetzt weg! Das Ding ist, er denkt halt, wir machen Witze so. Hier, nimm mal die Kamera. Ja, wir machen jetzt schönen Männerabend. Wir chillen jetzt schön unser Leben. Ja, steht da. Warte, warte, warte. Hau rein, ne? Hau rein, ne? Was denn? Du weißt ja den Weg nach Hause. Äh, nein. Ja, ich glaub schon. Reif, ich will nicht von hier. Danke für den Reifen. Dings, wir sehen uns, ne? Nein! Ich schick dir die Rechnung dann. Nein! Hau rein! Bro, wir denken, wir machen Spaß. Warte, warte, warte. So will ich durchziehen? Ja, zieh durch. Hau rein! Mach uns jetzt schönen Männerabend. Wuhuu! Oh mein Gott! Bro! Das Ding ist, sollen wir zurückfahren oder soll ich durchziehen? Kommt ab. Bro, er hat halt keine Ahnung, wo es hingeht. Dein Reifen nicht fahrs auf die Auto. Wollts? Ja, wir fahren auf die Auto. Ciao! Ja. Einfachsteine an der Stelle, wenn du das siehst. Ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Und, ähm, ja. Druckverlust wird mir immer noch angezeigt. Die Rechnung wird kommen. Bro, ich lass einmal in meinem Leben einfachsteine fahren, Bro! Er macht mein Auto kaputt! Freunde, ich könnt so ausrasten, Realtalk. Aber egal. Der Hase läuft. Ich fahr jetzt zu Audi, lass mein Auto operieren. Und danach können wir den ja wieder abholen, oder? Ja. Find ich gut. Lass ihn haben nach oben da, ne? So'n Ding. Ciao! Tschüss!